Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge hier zurück in Green Hell. Willkommen zur Expeditionstour 900 Trilliarden Kubik-Quadrat-Dollar-Meter, wo auch immer du... Ah, Pilze. Natürlich, dir was doch Pilze mit ein. Ich will auch nicht auf unserer Reise verhungern. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja, weshalb dieser enorme Aufbruch, warum wir jetzt, jetzt, anfangen, mit dem Aufnehmen, während der Reise, hat... Ja, hier ist unser Dorf noch, da, geh hin. Schaut hin und lernt. Ja, wir müssen, oder müssen, vor allem, wir müssen das tun. Links, 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 links. Aus einem bestimmten... Der leckt bei mir herum. Aus einem bestimmten Grund. Genau aus diesem Grund. Wollten wir uns hier verkrümeln. Und ich hab gestreamt... Äh, Chinesen! Halt doch, geh, geh! Mach schon einen Eimer, dann rennt zurück. Schön. Mein Leben sieht mich hier ganz so toll aus, und ich muss auf die Lupe schauen, weil er mich angegriffen hat. Willkommen zu Green Hell. Okay, da kommt ein Tafi aus dem Wald. Ah, genau, ich hab das gedacht. Ja, es hat einen bestimmten Grund, warum wir gehen wollen. Genau das sind die zwei Gründe hier. Einmal diese Fischte. Und einmal dieser Mann. Ja. Halt. Wie schwer hat er uns verletzt? Ja. Mir hat er den Arm aufgeschlutzt. Bei mir müssen wir mal nachschauen. Ja, bei mir auch. Leben sieht es bei mir auch nicht mehr ganz so toll aus. Es sah mal besser aus. Vor fünf Minuten noch. Ah, toll. Da ist die Katze da. Es. Ja. Hast du einen Problem? Nee, du hast die Bewege. Und Fleischzeit. Alex, alles gut. Müssen wir jetzt uns eine Bandage aus Bananenblättern machen und dann einfach... Ja. Ich folg dir mal. Hoffen. Die Bananenblätter. Wunderde, wunderde, schön. Ach so. Kann man doch mit den Bananenblättern direkt dieses Ding machen? Welches Ding? Also die, die, die... Na, sag schon, die Verbände. Hm, nein. Steine. Ich sammle. Ich dachte, dass es geht. Aber mir gehen von der Gesundheit... Gehst du noch runter von der Gesundheit? Nee, das nicht. Aber wenn man es halt nicht verheilen oder bandt rum, kann es sich vielleicht entzünden und dann geht es erst richtig los. Ess die ganzen Pilze mal kurz auf. Okay, kannst gerne machen. Ich hab keine. Ja, ich ess kurz die Pilze. Ähm. Maunz. Okay, dann müssen wir ganz kurz... Ach, die Topfanzel ausschauen. Och, nö. Deine Kätzchen, Maunz. Immer muss so... Was? Ah, Fönix ist da. Ist von draußen gekommen. Immer bei der Aufnahme. Maunz, gerade wieder. Oh, da ist ein Pilz. Leuchten ist doch schön. Bestimmt radioaktiv verseucht. Dinger hier. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass die nur nachts zu leuchten? Leuchten die nur nachts? Die gibt noch. Oh. Glaube ich zumindest, hab ich zumindest das Gefühl. Hab ich mal gehört bei der Auskrankung. So, äh. Nachts kann es auch schön sein, wie Sie sehen. Alles schwarz-weiß hier. Bist du wieder im Dorfding? Ja. Ah, nein, bist du. Schmeiß mal den Topf am besten irgendwo hin. Okay, vielleicht packt er gleich weg. Achtung. Erjagt. Heimchen. Keine Mäuse? Nein, Heimchen. Ja, ich hoffe mal, das halbt jetzt irgendwie ab. Ich weiß auch nicht, wo ich jetzt die blöde Verbandpflanze. Ach, hier ist es hier. Ach, ist hier da. Ja, ich habe drei Verbände, ich mach dir ein. Okay, danke. Ist er an der Tür. War das Tabakverband, wo der Hilfe hilft dagegen? Äh, gegen das, ich glaube, ganz normales Ding. Ich glaube Tabak, ich glaube Tabak. Mengen, ich kann mal kurz nachschauen. Geistige Gesundheit, Kratzer, Scham, ein Verband, schützt die Wunde, sodass, ne, einfach nur normal. Ich habe dir jetzt einen Tabak drin gemacht. Ah ja. Oder war Tabak gegen Gift. Kann auch sein. Wer weiß. Das ist doch, es hilft. Warte, das ist doch komplett. Das ist komplett. Auf die Wunde genau gucken und dann kommt ein Punkt. So. Okay. So. Herzschlag ist schon mal nach oben. Wie sieht es bei dir mit der Gesundheit aus? Ja, du brauchst Schränken. Fast unten, aber eher, das andere ist halt, also das, es ist zwei, ich habe zwei bei ihm da. Einer ist bei der Hälfte, einer ist ganz unten. Ich auch. Ach so, über uns, sieht man da Leben? Ich glaube ja, gell? Ich glaube, das ist die Lebensanzeige. Ja, das ist steine Lebensanzeige. Okay. Äh, ich müsste halt wieder schlafen gehen. Äh, lass mal schlafen, vielleicht ist die Nacht dann fertig, vielleicht geht es dem Herrn ja dann wieder gut. Ach, ist das Mann. Spiel. Toll, gell? Will man etwas machen, hat man etwas vor, dann klappt es nicht. Komm, wir haben immer was herkriegt. Was doof ist, ich kann die Katze jetzt nicht rauslassen. Dann, lass doch die Katze kurz raus. Nein, ich kann nicht. Also, wenn ich sie rauslasse, es ist niemand wach, dann kommt sie nach fünf Minuten wieder rein, dann muss ich wieder aufstehen, Tür zu machen. Wenn dann hier Quatschmenschen kommen, dann, ja. Oh, wo haben wir jetzt eigentlich? Drei Uhr vierte, ja, gut, ja. Ist in den Ranzen wieder was für dich drin? Im Ranzen? Da sind wieder ganz viele Sachen bei mir drin. Fünf, sechs Sachen waren bei mir wieder drin. Bei mir ist nichts drin. Keine auf der Matratze schlafen. Na, wo? Ich habe es da hingeworfen. Ach da. Orangen ist da? Stüps. Wir haben hier Mühe. Brauchst du nur was? Brauchst du mal einen Orangen sagt? Nee, nee. Das ist eine Dinger, ich freue mich. Aber ich glaube, ich habe einen Blutegel, oder? Ah, ich brauche eigentlich nur die mit rein. Ich habe da wieder die Suppe. So. Warum? Ich weiß nicht. Jetzt nicht mehr. Ja, mir geht es wieder gut. Komm, lass los. Katze, weg. Tschüss. Ja. Topf. Topf ist da. Topf, topf ist hier. Los, los. Katzi, bitte sei weg. Die Sache ist halt, wir sehen nichts. Ich habe einen Spiegel herstanden. Ich habe hell gemacht bei mir. Hell, rennen oder nicht rennen? Geh mal auf, äh, Ding, ein, äh, Option. Ja, ich weiß, aber ist es da nicht zu sehr? Ist das jetzt ein Schwein-Ding, oder? Ich habe es dir so gemacht, dass die, dass man am OBS gut, nach vorne sieht. Bei mir geht's. Dass das wirklich so noch in OBS, also im Video, wenigstens, machbar ist. Ich reinge einfach nach. Ich muss gerade nicht. Einfach den Fluss, einfach Fluss bis zum Ende. Ja, weil es finde halt dieses Jaguar-Ding, das sehe ich ja nicht. Deswegen greide ich dir lieber nach. Ach so, das ist bei dir, das musst du in der nächsten Folge mal ein bisschen hochstellen. Ja, aber da ist halt, ich finde halt immer, wenn ich irgendwas hochstelle, ist es halt irgendwie Cheating. Dann ist es halt nicht das Game, aber, ja. Ja, aber nichts sehen ist auch blöd für deine Zuschauer, oder wie schreibt ihr auch mal? Steht davor. Ist es bei mir auch, bei mir erkennt man auch, dass es Nacht ist. Warte, stopp, stopp, stopp. Hier waren doch noch irgendwo Bienen, oder? Ja, da vorne. Ich kenne den Weg jetzt schon aus. Ich habe Egel, Achtung, da vorne sind die meisten Schlangen, also da vorne irgendwo, dann. Kannst du die Egel weg, Mann? Sind alle weg? Ich sag, nein. Ich muss ja aufpassen, wir sind am Wasser, wir sind die ganze Zeit Wasser trinken hier. Ich komme nicht hin, da will Wasser trinken. Die Katze steht da, der wartet die ganze Zeit. Oder die, die, der das, ah, da unten. Jetzt alles? Danke, Frau Ross. Ja. Ich laufe nur halt im Wasser und nehme die Pilze hier mit. Ja. Irgendwas stampft da. Ja, ich sprach das. Stammst du so laut? Weiß ich nicht, aber ich habe gerade einen Hüpfer gemacht. Ja. Ich weiß nicht, das war... Ich laufe einfach mal dir in der... In der... Einfach schnell weg. Wenn es irgendjemand gewesen ist, ich beachte. Oh, süße Katze. Ich lege das hier hin und will nur das runter schlafen. Ich hoffe mal, von der Karte aus müssten wir jetzt eigentlich nur noch hier runter. Okay, wir sollten nur wirklich extrem aufpassen, dass wir jetzt wirklich nichts bekommen. Das wäre der Idealfall. Wenn wir jetzt nichts bekommen würden, da sind Dinger runtergefallen, warte. Hier sind ganz viele Bananen stauten, das weiß ich auch noch. Hier sind überall Bananen, nehme die auch mal mit zum Essen. Das kann ich machen. Ah, das habe ich... Okay, ich bin dann wohl ein bisschen krumm gelaufen. Ich bin dann wohl ein bisschen krumm gelaufen. Ich habe... Was ist das hier? Was? Das habe ich von mir nicht entdeckt. Das? Eine Käfigfalle. Und ein... Was ist das? Ist das ein Massage-Tisch? Lecker, lecker. Schwenk dich mal drauf. Ein Steinring. Ich bin im Steinring gekommen. Stein... Ja, komm halt Ringer. Bis kommen wir heiraten. Kohle? Trockengestell ist das. Ah, ich bin doch kein Massage-Tisch. Toll. So, ciao, Kohle. Das ist... Ich weiß nicht, wo bist du hin? Hier neben dir noch alles gut. Jetzt sagt er mal nicht weitergeht. Da vorne sind Pilze. Wir könnten auch hier Feuer machen, wenn... Aber hier... Das Feuer geht da wieder aus, wenn es hier immer noch regnet. Das ist ja, das ist ja... Das, weh, schön, ähm... Aber 17 Minuten, wir sollten wieder die Folge beenden, weil wir wollten, wollen sie ja nicht wieder zu lang machen, ich habe wieder Probleme mit dem Schneiden, ja gesagt. Ich. Genau. Ja. Dann... Sieben uns nächste Folge wieder, äh... Wird spannend, damit wir vielleicht dann... Ist zum Wasserfall vordringen, vermute ich, hoffe ich. Den Order reicht, ohne dass wir in irgendwas reinlaufen. Dann. Genau. Also dann. Tschüssi! Tschüss, bis nächste Folge. Okay, tschüss.